Woche 8 Das Erwachen der Seele Das erste Kennzeichen einer erwachenden Seele besteht darin, dass die Seele nicht mehr wie früher Freude empfindet an allen schönen, guten und liebenswürdigen Wesen dieser Welt. Und zwar nicht aus Enttäuschung oder Frustration heraus, sondern weil sie langsam aus ihr herauswächst. Genauso wie jemand aus dem Spielzeugalter ganz natürlich herauswächst. Sie fühlt sich zuerst schwach, dann immer stärker und öfter. Das ist alles irgendwie zu wenig. Auf dem Weg wird man eine radikale Verlagerung, eine Zerstörung, einen Wegfall der Interessen wahrnehmen, welcher die bisher angeblichen Lebensinhalte eines Menschen ausmachten. Das Emporsteigen, das Sich-Entfalten von Interessenlosigkeit am bisherigen, manifestiert sich. Es füllt die Seele nicht mehr aus. Wohl wusste sie stets, dass sie nicht daran satt sein könne für immer. Da sie vorher ja in Harmonie mit allem zu leben versuchte, verbannt sie ganz von selbst jenes Freuen auch mit Krishna, den sie in der Schönheit der Natur und in der sinnvollen Abfolge der Geschicke wahrnahm. So freute sie sich mit ihm, so freute sie sich mit ihm, aber doch mit ihm an jenen Wesen, an Blumen, Sternen, Menschen, an Musik, Bild und Dichtung, an hohen Gedanken und edlem Tun, an Geschichten, Reisen und Begegnungen. Nun aber wird dies alles schal. Es verklingt und versandet. Die Seele empfindet eine große Leere und Ernüchterung, wenn sie mit diesem Altgewohnten umgeht. Es ist die nachdenkliche Traurigkeit, nie wieder der Alte zu sein. Nicht ständig ist dies so. Man kann auch wieder einmal ganz aufgehen in einem schönen Buch, ganz verzaubert sein von einer herrlichen Symphonie, Aber dann bricht das wieder ab, manchmal mitten während der Freude. Etwas Graues verhüllt alles, entleert und entwertet es. Es ist, und das spürt man ganz klar, keinerlei Abwertung darin, sondern ein zusätzliches Geschenk, das ins Leben hineingetreten ist und in dessen Angesicht das bisherige einfach nur den Glanz und den Schein verlor. Man weiß, dass man etwas ganz anderes sucht und will. Man spürt es im Tiefsten immer deutlicher, dass es Shiamasundar ist, nachdem das eigene Herz sucht und seit unzähligen Leben gesucht hat. Das Suchen kann zum Schrein werden. Man wandert draußen durch die blühende Wiesen, die bisher das große Entzücken bildeten. Man entdeckt eine seltene Blume, auf die man sich immer schon gefreut hatte. Aber was ist in einem? Kein Jubelruf, sondern etwas wie ein Schmerz, zieht durch einen hindurch. Oder man starrt auf dieses kleine Wunder der Schöpfung und einem ist, als flüstere man ganz in der Tiefe. Dies nur gibst du mir? Warum nicht das? Warum nicht dich? Die Seele ist sich gewahr. Krishna ist allgegenwärtig. Sein Wesen leuchtet aus allem, was sie sieht. Aber sie will mehr. Sie will ihn ohne das Andere, ohne seine Werke, die ihn verhüllen. Die Liebe sehnt sich nach ihm, unverhüllt von seiner Schöpfung. bei der Zürignere mit dem der Zürignere Der Zürignere